APP, der Autoputzprofi. Ihr langjähriger Spezialist für die Autopflege in Everding. Unser Standort hier, wo wir jetzt direkt sind, haben wir bis jetzt seit fünf Jahren. Generell bin ich in Everding zwölf Jahre. Professionelle Lackaufbereitung, schwerer Kratzer, rauszupolieren, Hologramme ganz wichtig oder so was, das ist eigentlich ein Markenzeichen von uns. Wir lieben eigentlich schwarze Autos. Generell bieten wir hier professionelle Aufbereitung vom Innenbereich an, von Schamponieren, Dampfen, Geruchsneutralisierung etc. pp. Autopflege vom Feinsten. Der Autoputzprofi schenkt ihnen das Gefühl, in einem neuen Auto zu sitzen. Spezialfälle wie Malerkübel umgefallen, Erbrechen oder irgend so was, wenn jemand schlecht geworden ist etc., Tierhaarentfernungen, Geruchsneutralisierung, all das, alles was mit einer Autopflege zu tun. Und dann sind sie genau hier, in unserem Standort, in Everding oder irgend so was, bei APP, der Autobuhr zur Goldrichtig. Wir sind von der Früh, wirklich ganz in der Früh bald da, bis spät am Abend auch da. Der Kunde ist bei uns König. Wir sind da sehr, sehr, sehr flexibel. Auch ein Leihfahrzeug können wir zur Verfügung stellen. Der Einsatz von Toppflegemittel und modernen Geräten ermöglicht einen garantierten Vorher-Nachher-Effekt. In der Aufbereitung oder irgend sowas sind schwarze Autos meistens immer ein bisschen gefürchtet. Warum? Das Thema, ganz schweres Thema, Hologrammer. Man sieht, wenn sie nicht sauber poliert wird und nicht die richtige Technik angewert wird und vom Mittel her und von den Pads nicht richtig ausgeblasen sind oder frisch sind und die ganze Polierpaste noch drin hängt, dann hast du ruckzuck Hologrammer drin oder der Anpressdruck ist zu hoch, dann kommen Hologrammer rein. Oder wenn Spengler und Lackierer oder irgendwelche Schleifkörner auspolieren, die machen das tipptopp. Aber denen ist es egal, ob da ein Hologramm drin ist, bei denen muss nur der Glanz zählen und dass das Kahn draußen ist. Generell, was wir im Paket auch noch mit anbieten, sind natürlich auch Versiegelungen. Sei es Netzschild-Versiegelungen oder Keramik im High-End-Bereich. Von der Aufbereitung her selber, die Liebe zum Detail, das macht es aus. Wo andere aufhören, machen wir weiter. Unterbodenschutz ist immens wichtig. Wir gönnen ihrem Fahrzeug einen der Besten. Den Unterbodenschutz der Firma Innotec. Die Zufriedenheit der Kunden, wenn sie hier reinkommen und mit einem richtigen tollen Grinser bis teilweise Tränen in den Augen hier wieder rausfahren, mit einem topgepflegten Auton In-Wi-Aus. Und das ist das, was uns richtig Spaß macht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.